ja und da sind wir wieder ihr lieben beim dach absuchen in der ruine und ja wir haben da von unten gesehen dass es da ja immens leuchtet in diesem stockwerk drum nehmen wir was wir nehmen darunter kann er nicht moment die einstellung erwarten die jiby na gut ja das wollte ich euch zeigen die hat sich den hosenboden aufgerissen für uns wahrscheinlich ja alles klar also hier können wir nicht drüber da drüben leuchtet ja auch noch was wir haben ja damals gesehen beim letzten mal dass dahinten drinnen einiges zu holen ist also gehen wir weiter da können wir nirgends rauf ok da leuchtet nichts mehr und hin im hintergrund diese schicksalsschwangere musik jaja ok wir können wir von hier schauen wir mal darunter ja gut und ah die lichteffekte sind gigantisch finde ich wird mich wahrscheinlich noch wundern wie das dann in der nacht ausschaut ok hier bin immer wieder wir haben vielleicht ein problem einer dieser mechs hat ein schild warte hier ich mache ein scan das ist unser weg raus ich mag hier ihn mit dem mech da auf der linken seite stimmt was nicht ich glaube sein feuerarm ist abnehmbar ok vielleicht kann ich ihn abreißen ja toll und jetzt dieser weg dorthin das kennen die nur über uns oder unter uns laufen wir mal drüber sie sind aktiviert ja das beginnt ja schon wieder gut wo ist der nächste wo ist die nächste deckung oh da müssen wir schnell rüber ja ja gut die marschieren die jungs gut wir müssen dorthin ja gell gut wir müssen dorthin ok voll geladen jetzt haben wir ein bisschen verkackt hier kein bespräch wir haben vielleicht ein problem einer dieser mechs hat einen schild warte hier ich mache ein scan ja mach einmal das ist unser weg raus ja ich markiere ihn mit dem mech da auf der linken seite stimmt was nicht ich glaube sein feuerarm ist abnehmbar ok vielleicht kann ich ihn abreißen ja aber der hat ja ein schild und haha was machen wir jetzt ja wir laufen nochmal da rüber ja ich sage ja die haben nicht einen kieker hey 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 okay die sind aktiviert es wird schwächer vorsicht und jetzt lad auf trippy komm lad auf ok ok voll geladen pick ihn ab geht zu ihm da links und nimm seine waffe mit oh fuck komm lass mich da rein Komm, Steuerung, ja. Jawoll, ja. Schau, schau. Wo bist denn du? Komm. Ja. Und meine Steuerung setzt aus. Ist ja toll. Ja. Jetzt habe ich da dieses Ding in der Hand. Wie kriege ich denn das weg? So, scheiß doch auf diese. Also, die Action Sequences sind ja so toll. Ich finde das toll gemacht. Nur mit der Steuerung hätten sie sich ja wirklich was Besseres einfallen lassen sollen. Und ich will jetzt aber die ganzen Dech-Obs haben. Komm, spring rüber, Junge. Da haben wir einige übersehen. Ja, wo geht's da weiter? Ah, da. Hätten wir da raufgekommt auch. Weiter ging's da nicht, gell? Ja, wo ist die Leiter? Komm, mein Freund. Leiter und so. Ah, Leute. Helft mir doch ein wenig. Da unten gibt's nichts für uns. Ich glaube, wir müssen da rauf, oder? Gut, noch einmal. Da kommen wir nicht hin. Oh je, egal. Oh je, egal. Dann hinterrücks. Ja klar, das hat ja müssen sein. Da draußen hat ja was grün geleuchtet, oder? Komm, was? Jawohl. Und, oh, dahin. Komm. Schau, schau. Sammeln und kämpfen, kämpfen und sammeln. Ging's da weiter? Nö. So, mein lieber Monkey. Ja. Ich glaub, das mit dem Schild war keine schlechte Idee. Runterlassen. Komm. Weißt du was? Das war gut, dass du den Feuerarm bemerkt hast. Danke. Wir klettern da mal runter, ja? Komm, lass mich zurück. Beeil dich. Ja, ist ja klar. Natürlich beeil ich mich. Da haben wir doch hinten. Ja, da war einer. Und, da drüben leuchtet ja auch noch was, gell? Immer diese ungeduld der jungen Damen. Geduld und Ausdauer. Ah, da ging's ja auch noch weiter. Was ist denn da jetzt? Hier, was wir da alles finden? Gut, das wär ja auch ein Weg gewesen. Schaut euch das an. Da hätten wir außen rundherum... Ja. Ich bin überwältigt. Zwei Möglichkeiten. Den direkten und indirekten Weg. Hahaha. Das Spiel wird immer toller. Ich sag's euch. Ja, komm, wo gehst du denn hin? Kannst du nicht zurück? Wo war'n der? Ja, zurück kann er dann nicht mehr. Ne. Naja, was soll's. Okay. Also, ich hab' euch jetzt zwei Wege gezeigt. Das find' ich extrem cool. Da leuchtet's auch. Aber da geht's nicht weiter, oder? Ne. Hahaha. Also, Spielentwickler. Ihr seid extrem cool. Ich sag' danke für dieses tolle Spiel. Schaut euch die Ruinen an. Man möchte eigentlich gar nicht weiter. Gut. Wo ist unter Trippi? Die ist da oben. Wie kann man mich da jetzt wieder hin... Ah, klar. So, habt ihr noch was gesehen? Leuchten. Unten links. Ne. Ich glaub' das Level haben wir. Okay. Komm, mein Schatz. Komm, Trippi. Wo geht's jetzt lang? Da kann ich dich nicht drüber bringen. Oh, warte. Ich kann hier durch. Okay, ich finde den anderen Weg herum. Ja, toll. Und schon wieder diese Musik. Hier ist eine Sicherheitstür. Gib mir eine Minute. Ja, wir werden da gleich einmal weiterhüpfen, ne? Einfacher Verdacht. Sammeln schnell einmal ein paar Orbs. Und springen da weiter. Oh, da ist ja. Ob es da drüben noch was gibt. Da springt er natürlich nicht drauf. Was ist mit dir, Mädel? Machst du, oder machst du nicht? Na gut, dann springen wir da runter. Da gibt's auch nichts mehr zu sehen. Und sie klopft auf der Tastatur herum. Wie verrückt. Gut. Was ist mit dir zu tun? Schau. Friedenstauben in diesen grässlichen Zeiten. Na, gucken wir mal. Wir sind fast am Metallturm. Ja. Gehen wir durch. Hey, clip. Hi,所以呢. Tagentierten. Tagentierebedeug. Tagentiereein. Tagentiere,